Endet, kommend zum Tagesordnungspunkt 14, hier geht es um Schulartenänderung und wir steigen ein in die Fraktionsrunde, beginnen mit den Dissidenten, wird das Wort gewünscht? Nein? Freie Wähler, wird das Wort gewünscht? Herr Nietzsche, bitteschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben jetzt hier eine Vorlage vorliegen bezüglich der Einführung von Gemeinschaftsschulen in der Landeshauptstadt Dresden. Wir Freien Wähler lehnen diese Vorlage so, wie sie jetzt da ist, ab. Ich möchte das ganz kurz begründen, und zwar insbesondere aus dem Grund, dass die Finanzierung unklar ist. Wir haben in der Begründung Kosten von 8 Millionen, circa für die 151. Oberschule, die entstehen werden, wenn diese erweitert werden muss, um dort eine Gesamtschule unterzubringen, von circa 37 Millionen, die in der Vorlage vermerkt sind für eine bauliche Maßnahme, um die Unischule für die Gesamtschule vorzubereiten. Und für beide Summen, die in der Begründung genannt werden, die ausschließlich, die ja bekanntermaßen nicht beschlossen wird, gibt es keine Deckungsquelle. Auch ist in keinster Weise vermerkt, wo und wie der zuständige Dezernent, der für den Haushalt zuständig ist, in irgendeiner Art und Weise diesbezüglich in den Prozess eingebunden gewesen ist. Unserer Meinung nach wäre das notwendig gewesen. Wir wissen, dass die Kosten für die Unischule wahrscheinlich noch wesentlich höher sein werden. Es wird nicht bei diesen 37 Millionen, die in der Begründung genannt liegen, bleiben. Mindestens 50 Millionen. Aktuell geht man von Gesamt, von Grobkosten geschätzt von 55 Millionen aus. Und wenn ich bedenke, dass unweit der Schule zum Beispiel das BSZ Elektrotechnik, welches auf einen Umzug wartet, wo es auch einen sehr großen Investitionsbedarf gibt, wo es auch die Möglichkeit gibt, das Abitur zu erwerben. Die 35. Oberschule, bei der es auch einen sehr großen Investitionsbedarf gibt, der immer weiter rausgeschoben wird. Oder auch das Berufsschulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung, wo es auch einen sehr großen Investitionsbedarf gibt, der auch immer weiter hinausgeschoben wird. Und so weiter und so fort. Wo es Schulen gibt, die dringend finanzieller Mittel bedürfen. Können wir nicht einfach so diese Schulartwechsel in dieser Art und Weise beschließen? Auch halte ich es für fraglich, dass während des Experiments Unischule, während des laufenden Experiments der Versuchsaufbau geändert wird. Und die Unischule hat sich von Seiten der maßgeblichen Personen noch voriges Jahr dafür ausgesprochen, dass die Unischule eine Oberschule und Grundschule bleibt. Ich darf zitieren. Die Universitätsschule besteht aus einer Grund- und einer Oberschule. Sie wird in ihrem Vollausbau ca. 750 Schülerinnen umfassen. 2019 wurde mit 80 Schülerinnen in der Jahrgangsstufe 1 jeweils 27 Schülerinnen in den Jahrgangsstufen 2 und 3 und 75 Schülerinnen in der Jahrgangsstufe 5 begonnen. Diese Schule wächst jetzt weiter auf und laut Planung hat sie, laut der beschlossenen Planung hat sie Kapazität für 750 Schüler. Wenn dieser Beschluss heute so gefasst wird, wird die Anzahl von 750 Schülern nicht mehr ausreichen, sondern es werden über 1000 Schüler sein, die an die Schule gehen werden und die dementsprechend ein großes Schulgebäude brauchen mit einer Kapazität, wie wir es finanziell nicht untersetzt bekommen haben. Diese Ablehnung der Vorlage soll keine Ablehnung des Projektes Gesamtschule insgesamt sein. Gesamtschulen können funktionieren, auch jahrgangsübergreifender Unterricht, wie er an der Unischule stattfindet, kann funktionieren. Ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Das geht, auch mit wissenschaftlicher Begleitung, das geht gut und das kann gut funktionieren, aber es sollte wohl durchdacht sein und es sollte wohl finanziert sein. Und das ist in dem Fall nicht der Fall. Bei der 151. Oberschule und der Umwandlung sehen wir das Problem, dass es im Dresdner Norden weiterhin eine problematische Ausstattung mit Schulplätzen geben wird. Da ist es sozusagen ein Tropfen auf den heißen Stein. Das spricht jetzt nicht für eine Ablehnung, aber es spricht zumindest dafür, dass man auch das kritisch hinterfragen sollte. Und wir sind der Meinung, wir halten den Antrag und den Beschluss, sofern er denn gefasst wird, für haushalterisch falsch und die Unischule bezüglich ihres Standortes und der Konzeptänderung für problematisch. Und aus diesem Grund werden wir diesen Antrag ablehnen. Vielen Dank. Als nächster Redebeitrag CDU-Fraktion Herr Dietze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren. Hinter der Verwaltungsvorlage zur Schulartänderung für die 151. Oberschule und für die Unischule in die Schulartgemeinschaftsstule steht der Wunsch von Eltern nach längerer gemeinsamer Lernzeit für ihre Kinder. Damit verbunden ist die Hoffnung auf mehr Bildungsgerechtigkeit, geringere soziale Selektion und mehr Entwicklungsfreiheit für die Kinder. Gänzlich unproblematisch ist diese Idee dennoch nicht. Die größere Heterogenität fordert den Lehrerinnen und Lehrern wesentlich mehr Können ab. Durch die größere Leistungsspanne besteht die Gefahr, dass insbesondere die Förderung von leistungsstarken Schülerinnen und Schülern ausbleibt. Und nicht zuletzt hat PISA gezeigt, dass Gemeinschaftsschulen durchaus im oberen Drittel sich platzieren können, jedoch auch häufig im unteren zu finden sind. Klar ist aber auch, dass wir in Dresden einen Bedarf an weiteren gymnasialen Zügen haben. Insbesondere auf der linkselbischen Seite, in Dresden und Norden, ist die Situation angespannt. Die Suche nach einem geeigneten Grundstück für den Bau einer eigenständigen Schule blieb ergebnislos. Genau das würde ich jetzt auch Herrn Nietzsche noch mal entgegenhalten. Natürlich war der Versuch da, ein eigenständiges Gebäude dort zu errichten. Das war aber schlicht und ergreifend aufgrund der Platzsituation nicht möglich. Daher ist die Erweiterung der bereits im Bau befindlichen 151. Oberschule zur Gemeinschaftsschule eine smarte Lösung, die vor allem zeitnah Entlastung bringen wird. Und es den Schülerinnen und Schülern ermöglichen könnte, relativ wohnortnah zur Schule zu gehen. Wir haben uns daher als CDU-Fraktion für eine pragmatische Herangehensweise entschieden. Wenn der Bedarf besteht und die Schulgemeinschaft den Wunsch in Form des Votums eines Schulkonferenzbeschlusses Ausdruck verleiht, werden wir diesem Votum folgen. Für beide Schulen, also für die 151. Oberschule, als auch für die Universitätsschule, sind diese Voraussetzungen gemäß der Aussage der Verwaltung gegeben. Die Zukunft wird zeigen, ob diese Schulform den quantitativen als auch qualitativen Erwartungen gerecht wird. Das heißt, ob die Gemeinschaftsschule in entsprechend hoher Zahl auch langfristig im gymnasialen Bereich angewählt wird und ob die erzielten Ergebnisse bei den Abiturprüfungen im Vergleich zu den Regelgymnasien standhalten. Beides sind aber auch klar zu erinnern der Kriterien. Wir werden daher mit großem Interesse auf die Entwicklung der beiden Schulen schauen und der Vorlage grundsätzlich zustimmen. So bereitet uns jedoch die Entwicklung der Kosten bei der Universitätsschule. Nietzsche hat das schon bereits angesprochen. Hier ist für uns mit den ausgehandelten Kostenrahmen von 37 Millionen eine Schmerzgrenze erreicht, die nicht überschritten werden sollte. Wir beantragen daher in Punkt 8 folgende Ergänzung. Bisherig lautend. Der Stadtrat beschließt die weitere Planung einer baulichen Erweiterung der Gemeinschaftsschule, die Universitätsschule auf dem Schulgrundstück Kämmerswalder Straße 41 und Höckendorfer Weg 2 in 011 89 Dresden. Und jetzt die Ergänzung. Für die Planung der Gemeinschaftsschule in den Schulhäusern Kämmerswalder Straße und Höckendorfer Weg gilt der vorgesehene Kostenrahmen von 37 Millionen Euro. Ich bitte um Zustimmung und danke für die Aufmerksamkeit. Als nächstes, Bündnis 90 die Grünen, Frau Schenetzke, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträtinnen, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Schulgemeinschaften. Jetzt kam schon ganz viel Kritisches, ganz viel Bedenken. Und ich möchte jetzt als erstes mal den Punkt setzen, dass ich finde, das ist eine sehr wichtige und wegweisende Entscheidung, dass wir heute tatsächlich zwei Gemeinschaftsschulen hier in Dresden auf den Weg bringen. Ich möchte mich an der Stelle bedanken bei allen über 50.000 Bürgern, Sächsinnen und Sachsen, die für das entsprechende Volksbegehren unterschrieben haben. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal, dass so viele Menschen das wollen. Ich möchte mich bedanken bei den vier Stadträtinnen, Ulrike Kaspari für die Grünen, Anja Apelt für die Linken, Dana Frohwieser für die SPD und eben auch Silvia Wendt für die CDU, die diesen mutigen Schritt gegangen sind und diesen Weg eingeschlagen sind und diesen Vorschlag gemacht haben von einem halben Jahr und dafür eben auch die entsprechende Mehrheit bekommen haben. Ich möchte mich an der Stelle auch für die ausgesprochen schnelle Umsetzung der Stadtverwaltung bedanken. Und vor allen Dingen möchte ich mich bei den Schulgemeinschaften bedanken. Herr Dietzer hat es schon angesprochen, das kommt ja nicht vom Himmel, das ist jetzt hier keine politische Ideologiefrage, sondern es ist der geäußerte Wunsch der gewählten Schulvertretungen, der Schulkonferenzen, wo alle Schulakteurinnen und Schulakteure vertreten sind, Gemeinschaftsschule zu werden. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn man neue Wege geht, das haben wir ja auch gestern mit dem Koalitionsvertrag, wieder gelernt, Fortschritt wagen und wir wagen hier tatsächlich auch Fortschritt für die Dresdner Bildungslandschaft. Und ich möchte an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen, es geht da nicht darum, jetzt alle über einen Kamm zu scheren und für alle das Gleiche zu erreichen. Es geht aber aus meiner Sicht, und dafür stehen wir grün, für Wahlfreiheit in der Bildung. Ja, es muss sich was ändern im Bildungssystem. Es gibt da ganz viele Punkte, die nicht allen Schülerinnen und Schülern gleichermaßen gut gerecht werden. Und ich glaube, dass man das auflösen kann, indem man mehr Optionen schafft und indem man eben auch die Optionen schafft, eine Gemeinschaftsschule zu besuchen. Und mir ist da übrigens egal, ob die Schülerin dann einen Hauptschulabschluss macht, einen Realschulabschluss, einen Berufsschulabschluss, einen Gymnasialabschluss. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, das Erlebnis zu haben, einen Schulabschluss zu machen und das nach einer guten und wohltuenden Schulzeit, die einen dabei begleitet hat, groß zu werden. Vielleicht nochmal was zur Finanzierung, weil das hier so dargestellt wurde, als würden sich die Kosten aus der Tatsache der Gemeinschaftsschule ergeben. Das ist natürlich nicht richtig. Die Kosten ergeben sich schlicht und einfach daraus, dass wir beschlossen haben, und das schon vor langer Zeit, diese Schulen zu bauen. Und dementsprechend sind wir jetzt quasi im Planungsverfahren. Und die Schulen bringen sich da auch sehr, sehr engagiert ein. Das haben wir in vielen Runden, gerade auch in der Universitätsschule vor Ort, immer wieder kennenlernen dürfen. Tatsächlich wünsche ich mir für die beiden Schulen, dass die Planungsleistungen, die jetzt mit dem Beschluss verbunden sind, dann auch zügig vonstatten gehen, weil das ist ja tatsächlich unsere eigentliche Herausforderung im Bereich Schulbau. Es geht ja gar nicht so sehr darum, dass wir das Geld nicht zur Verfügung haben. Wir haben noch relativ viele Schulbaumittel. Es geht darum, dass wir die Planungsleistung oft nicht so zügig bekommen, wie wir das bräuchten. Und da ist jetzt, glaube ich, einfach noch mal was zu tun. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf zwei Gemeinschaftsschulen in Dresden. Als nächstes die AfD-Fraktion, Herr Breuer. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Dresdner. Wir sollen heute über zwei Anträge auf Schulartänderung in Gemeinschaftsschule entscheiden. Bei beiden Schulen haben wir unterschiedliche Voraussetzungen, weshalb wir hier auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen und diese auch getrennt abstimmen möchten. Ich werde das später noch präzisieren. Bezüglich der 151. Oberschule möchte ich mich sehr kurz fassen. Das Konzept ist stimmig. Der Antrag löst auch gleich das Problem fehlender Gymnasialzüge nördlich der Elbe. Problematisch wird das Platzproblem, aber auch da wird sich eine Lösung finden. Wir stimmen dieser Schulartänderung zu. Anders sieht es bei der Universitätsschule aus. Auch hier ist der Übergang zur Gemeinschaftsschule mit der Schaffung einer dreizügischen gymnasialen Oberstufe verbunden. Züge, die in diesem Stadtraum gar nicht gebraucht werden. Wir würden diese nur deshalb schaffen, weil sie zur Erteilung der Schulgenehmigung erforderlich sind. Für diese Schule stehen laut gültiger Beschlusslage 24 Millionen zur baulichen Entwicklung zur Verfügung. 6,5 Millionen will die Schule aus Spenden einwerben, die jedoch noch lange nicht erreicht sind. Weitere 6,5 Millionen hat der Oberbürgermeister schon mal aus dem Stadtsägel versprochen, vorbehaltlich eines entsprechenden Stadtratsbeschlusses. Das wären insgesamt 37 Millionen. Dieses Geld, so wurde von der Schulleitung dargelegt, reiche für die aus pädagogischer Sicht notwendigen Baumaßnahmen bei weitem nicht aus. Diese Einschätzung stammt noch von vor der Baukostenexplosion. Die Sachlage dürfte nun mittlerweile entschieden dramatischer aussehen. Dass man nun mit diesen 37 Millionen seitens des Schulträgers offenbar erst mal zufrieden ist, oder das sein muss, das mag wohl so sein. Es wird aber definitiv nicht dabei bleiben. Immer höhere Finanzierungsbedarfe sind wir von der Unischule zur Genüge gewohnt. Und wer da glaubt, mit diesen 37 Millionen wäre es getan, der macht sich und uns etwas vor. Und ich hätte nicht gedacht, dass dieser Satz, als ich die Rede geschrieben habe, wunderbar auf Herrn Dietzes Änderungsantrag passen würde. Wir öffnen hier ein Fass ohne Boden und das für eine Schulartänderung bzw. Erweiterung, für die überhaupt kein Bedarf besteht. Wir als AfD-Fraktion lehnen daher diesen Antrag ab. Ich beantrage deshalb punktweise Abstimmung, analog zum Verfahren im Bildungsausschuss. Also Punkt 1 separat, Punkte 2 bis 5 im Block, 6 bis 9 im Block, sowie danach 10 und 11. Und diese beiden können dann auch gemeinsam abgestimmt werden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Als Nächsten haben wir die Linksfraktion, Frau Abel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren hier im Saal und zu Hause. Ja, Frau Schanetzke hat es bereits gesagt, diese Vorlage der Verwaltung hat sozusagen viele Menschen, die daran gearbeitet haben. Erstmal die 50.120 Menschen, die den Volksantrag unterschrieben haben und sich dafür eingesetzt haben, dass in der gesetzlichen Vorgabe des Freistaates eine Gemeinschaftsschule vorgesehen wird. Seit diesem Schuljahr ist es möglich. Leipzig hat es schon getan, Chemnitz hat es schon getan und heute wird auch Dresden dies tun. Weiter gibt es ein Netzwerk Nord, was sich für eine Gemeinschaftsschule eingesetzt hat. Vier Stadträtinnen, die diese Idee aufgenommen haben. Und schließlich zwei Schulen, die sagten, ja und wir wollen das auch tun. Und sie haben sich keinen leichten Weg vorgenommen. Wir haben tatsächlich hier zwei ganz besondere Schulen, die ein ganz besonderes Konzept sich vorgegeben haben. Ich möchte, weil es hier noch gar nicht zur Sprache kam, das sagen, dass die 151., das hat sie bereits begonnen, sich vorgenommen hat, den Schülerinnen und Schülern, die schwer sehbehindert oder blind sind, hier in Dresden eine Möglichkeit zu geben, ihre Schullaufbahn fortzusetzen. Ich war immer sehr traurig, auch als Kollegin, wenn dann Schülerinnen und Schüler dann doch nach Chemnitz gehen mussten, im Internat übernachten mussten, fern von ihren Eltern, die nicht immer einen Umzug nach Chemnitz ermöglichen konnten, weil sie arbeitsmäßig hier gebunden waren. Und ich kenne auch die Pädagoginnen, die aus Chemnitz kamen und versucht haben, Schülerinnen und Schülern, die inklusiv beschult wurden, hier zu begleiten. Und das war immer sehr schwierig, weil sie im ganz Land Sachsen Schülerinnen und Schüler begleitet haben. Das jetzt, das hier begonnen wird, finde ich großartig. Und ich danke auch dieser Schule, dass sie sich das auf die Fahnen geschrieben hat und diesen Weg, der nicht unkompliziert ist, zu gehen. Dafür wird die 151. Oberschule oder der Neubau der Schule an der Stauffenbergallee, sie heißt ja dann nicht mehr Oberschule, sondern trägt einen anderen Namen, dass das ganze Gebäude mit einem Blindenleitsystem ausgestattet ist und die Möglichkeiten dann auch baulich zur Verfügung stehen, dies gut umzusetzen. Und die Universitätsschule, das wissen wir ja, hat ebenfalls ein ganz besonderes Profil. Und wenn jetzt hier etwa 350 bis maximal 500 Schülerinnen und Schüler mehr in diese Schule gehen, ist es doch irgendwie logisch, dass auch mehr Geld benötigt wird. Es ist auch nicht so, dass wir die Schulplätze an sich nicht benötigen. Nur dadurch, dass die Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Stadtgebiet dort sich anmelden, lösen wir nicht ein lokales Problem, sondern nur ein gesamtstädtisches Problem. Wir wollen, dass die Universitätsschule ihren Weg fortsetzt, dass sie auf dem Weg Inklusion, Digitalisierung, ohne Noten eine Schule, ganz andere Dinge kennenlernt, dass sie ausstrahlen an andere Schulen, dass sie ihre Erkenntnisse an andere Schulen weitergeben können. Und deswegen wollen wir auch die Unischule als Gemeinschaftsschule unterstützen, als Linke. Nun ist hier der Vorschlag der Deckelung da. Ich schließe mich meiner Fraktion an, die sagt, okay, wir stimmen dem zu, dass es gedeckelt wird. Ganz persönlich möchte ich aber sagen, schon ein bisschen absurd. 500 Schülerinnen und Schüler mehr, aber die Kosten sind gedeckelt. Das wird eine große Balancearbeit sein, dies zu schaffen. Das wird nicht einfach für die Unischule. Und ich glaube, dass Sie auch da nie ganz stringent sind in Ihrer Argumentation, Herr Dietze. Nun wurden hier noch zusätzliche Punkte genannt. Die zusätzlichen Punkte, die der Bildungsausschuss hier hinzugefügt hat, den finde ich sehr wichtig, nämlich, dass die 151. Oberschule, Gemeinschaftsschule aufgefordert wird, auch mit Grundschulen aus dem Dresdner Norden Kooperation zu schließen, damit eben Schülerinnen und Schüler auch aus Klotsche dann versorgt werden mit Schulplätzen. Das ist über die Kooperation möglich. Das hat besonders, haben das die Ortsvertreterinnen aus den verschiedenen Bereichen sich gewünscht. Und wir haben jetzt noch zusätzliche Anträge jetzt von der CDU, denen wir zustimmen werden. Ansonsten sind wir dabei, allen Punkten des Bildungsausschusses so hier zuzustimmen. Vielen Dank für die Vorlage, Herr Donhauser. Wird SPD das Wort gewünscht? Bitte schön, Herr Driefs. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdner Eltern und Schülerinnen und Schüler. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier im Stadtrat die Entscheidung treffen werden, in Dresden zwei Gemeinschaftsschulen einzurichten. Das mag nicht weiter verwundern, denn das Thema Gemeinschaftsschule ist ja seit jeher ein Herzensprojekt der Sozialdemokratie und auch der SPD in Dresden. Ich freue mich aber auch, weil das heute Ergebnis ist eines Volksantrags mit über 50.000 Unterschriften und einer daraus resultierenden Schulgesetzänderung im Sächsischen Landtag, bei dem insbesondere auch die SPD-Landtagsfraktion sehr hart dafür gekämpft hat, dass das Optionsmodell, dass es möglich wird, Gemeinschaftsschulen im Freistaat einzurichten, Teil dieses neuen Schulgesetzes wird. Und ich freue mich aber auch, weil wir damit endlich den Startschuss dafür geben, dass längeres gemeinsames Lernen auch in Dresden Realität wird und auch in Dresden eine Möglichkeit wird. Gemeinschaftsschulen bedeuten, dass eben nicht mehr nach der vierten Klasse ein Schulwechsel ansteht. Und da werden eben keine Klassen mehr auseinandergerissen und da braucht es eben keine Bildungsempfehlungen mehr, die zu so einem frühen Zeitpunkt sowohl die Eltern als auch die Schülerinnen und Schüler oft einfach überfordern, diese Entscheidung zu treffen. Eine Gemeinschaftsschule ist aber auch ein Stück weit eine Aufhebung des gegliederten Schulsystems und damit endlich ein Ende der Einsortierung in vermeintlich starke und vermeintlich schwache Schülerinnen und Schüler und eben die Trennung dieser beiden vermeintlichen Gruppen. Natürlich, da ist in der Debatte schon mehrfach darauf hingewiesen worden, braucht es für eine Gemeinschaftsschule ein anderes Konzept, als das in den klassischen Schulen der Fall ist. Individuelle Förderung, die viel mehr auf die Stärken und Spächen in einzelnen Bereichen von Schülerinnen und Schülern eingeht, aber auch eine gegenseitige Hilfe und Unterstützung der Schülerinnen und Schülern in den Klassen, ein gemeinsames, solidarisches Herangehen an den Lernprozess. Das sind Teile, die in diesem Konzept verankert sein müssen, wo ich mir aber weder bei der einen noch bei der anderen Gemeinschaftsschule Sorgen mache, dass das nicht funktionieren würde. Gemeinschaftsschulen insgesamt geben eben auch Schülerinnen und Schülern eine Chance, die sich noch nicht zum Ende der vierten Klasse so zeigen konnten, dass klar ist, welchen Abschluss sie am Ende tatsächlich anstreben, welchen Abschluss sie erreichen. Und genau für diese Schülerinnen und Schüler ist das eine sehr gute Chance und deswegen sollten wir diese Chance an dieser Stelle mit der Entscheidung heute hier ergreifen. Es ist auch schon in der Debatte darauf eingegangen worden, die Voraussetzungen für die heutige Entscheidung sind gut. Wir haben zwei Schulgemeinschaften, die sich dafür ausgesprochen haben, Gemeinschaftsschulen zu wehren. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ganz namentlich sowohl der Frau Bankhardt als auch der Frau Hess den Schulleiterinnen der 151. Oberschule beziehungsweise der Universitätsschule danken, dass sie diesen Prozess angestoßen haben, dass sie ihre Schulgemeinschaften davon überzeugt haben und mitgenommen haben und diesen Anstoß dann auch hier in den Stadtrat getragen haben, damit wir den aufnehmen können. Ich möchte aber auch nochmal darauf hinweisen, dass in allen Ortschaftsräten und allen Stadtbezirksräten, in denen diese Vorlage war, sie eine überwältigende Mehrheit gefunden hat und es da wirklich nur sehr wenige, sehr vereinzelte andere Meinungen gab. Also auch die Kolleginnen und Kollegen in unseren Gremien vor Ort begrüßen diese Einrichtung der Gemeinschaftsschulen und wollen das gern. Ich glaube, die Diskussionen in unseren Gremien, im Bildungsausschuss, insgesamt in den Gremien des Stadtrates, die sind breit und gut geführt worden. Die wichtigsten Fragen und die Fragen, die als Voraussetzung für die heutige Entscheidung offen waren, sind beantwortet worden. Ich glaube, die letzte beantworten wir dann heute mit der Ergänzung von der CDU, die wir auch mitgehen werden und damit haben wir, glaube ich, wirklich gute Voraussetzungen, um heute hier zwei Gemeinschaftsschulen einzurichten. Und ich würde mich freuen und fordere Sie auf, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns heute gemeinsam den Schülerinnen und Schülern in Dresden, aber auch den Eltern die Möglichkeit eröffnen, an eine Gemeinschaftsschule zu gehen beziehungsweise ihre Kinder an einer Gemeinschaftsschule beschulen zu lassen. Das wird ein wertvoller Beitrag und eine wertvolle Bereicherung für unsere Schullandschaft in Dresden sein. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde, Herr Fischer für die FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, verzeihen Sie bitte, aber ich muss noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich sage gleich vorneweg auch, dass wir für diese Trennung, dieser punktweisen Abstimmung, dass wir das auch beantragt hätten. Die Vorlage ist etwas ganz Hinterlistiges, finde ich. Das sage ich aus meiner Erfahrung der vielen Jahre. Wir hatten hier in Dresden noch nie eine Gemeinschaftsschule. Also 1990. Okay, aber was ich mir angeschaut habe in Nordrhein-Westfalen in den 90er und 2000er Jahren, das hat mir erst mal klargemacht, was da so dahinter steckt. Die Hinterlist, worin besteht die Hinterlist, wenn ich das sage? Das ist ja eigentlich ein schlechtes Wort. Die Hinterlist besteht darin, dass wir hier in einer Vorlage zwei völlig unterschiedliche Schulen anleuchten und ansteuern. Gemeinschaftsschule, das wollen wir, das haben wir immer schon gesagt. Ich bin auch dafür, dass wir das probieren. Wunderbar. Und als es jetzt zur Vorstellung im Bildungsausschuss kam, gefiel es mir sehr, dass die 151. Schule, die ja als Oberschule geplant ist, sehr konkret mit Vorstellung schon kam. Sie wissen ganz genau, also drei Klassen oder drei Kurse müssen noch dazukommen, also 150 Schüler, die haben schon begonnen, wie könnten wir das mit dem Kurssystem hinbekommen und was nehmen wir noch für Fachräume dazu und so. Ich merkte, dort hat man bereits sehr weit gedacht. Von der Unischule habe ich in diesem Punkt gar nichts gehört. Und ich habe mir dort Gedanken gemacht. Die Oberschule, die läuft dann noch als Regelschule richtig, ich sage jetzt mal bewusst, provokativ, regelmäßig. Da ist es durch Noten leicht zu entscheiden, wo man dann mal hin darf. Denn Abitur bedeutet Hochschulreife. Bei der Unischule, die ja ein volles Experiment ist, dort hätte ich mir gewünscht, dass die ihr Experiment erst mal richtig ausführen können als Unischule. Mit diesen Wünschen der Kinder und Berücksichtigung, der Kinderwünsche und der Ferienwünsche und der Fachwünsche und so was. Das ist alles toll, aber daraus dann gleich eine Gemeinschaftsschule zu machen, das halte ich für sehr gefährlich. Mir wurde nichts gesagt, wie man das vorhat, dort die Sekundärstufe 2 überhaupt aufzubauen. Können die Schüler dann frei wählen, was sie haben wollen, dann bedeutet das natürlich viele Lehrer. Ich bin im Bildungs-, in der Fachkommission des Sächsischen Beamtenbundes. Ich habe noch keinen Lehrer gefunden, der jetzt unbedingt dorthin will. Aber das ist nur eine Nebenbemerkung gewesen. Ich würde also sagen, diesen Freibrief, den wir hier erteilen, den würden wir gerne der 151. unbedingt geben. Sie brauchen den Freiraum. Und der Unischule würde mir gerne empfehlen, führen Sie Ihr Experiment erst mal ordentlich zu Ende. Deshalb also auch die punktweise Abstimmung. Und wieder bin ich bei der Hinterlist, der Punkt 1, brachte ja schon die örtliche Lagerung der Schulen. Linksseitig und rechtsseitig der Elbe. Aber machen wir lieber den Punkt 1. Naja, aber 2 bis 5 für die 151. Schule, dem stimmen wir gern zu. 6 bis 9 würden wir gern ablehnen. Und was im Top 5 drin ist, das ist ja eigentlich in Punkt 10 und 11 dann ganz explizit noch mal gekommen. Dem können wir also auch gerne zustimmen. Schönen Dank. Soweit die Fraktionsrunde. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Nitschern. Sehr geehrter Herr OB, meine Damen und Herren, ich möchte noch mal kurz ein paar, vor allen Dingen finanzielle Hinweise geben. Zu dem Änderungsantrag der CDU, was den Kostenrahmen von 37 Millionen betrifft. Meine Damen und Herren von der CDU, Sie können alle rechnen, denke ich mal zumindest. Und ich glaube auch, dass Sie in der Lage sind zu verstehen, dass man für die 37 Millionen, die als Kostenrahmen jetzt von Ihnen gezogen werden wollen, wahrscheinlich eine Oberschule und eine Grundschule auch gut gebaut bekommt, aber keine Gesamtschule. Und wenn man die Oberschule und die Grundschule an einem Standort als Unischule für diese 37 Millionen gebaut bekommt, dann hat man immer noch keine Turnhalle dazu. Und da wollen Sie jetzt eine Grenze ziehen. Sie wollen also, dass bei diesen 37 Millionen Schluss ist, dass es keine weiteren Ausgaben gibt, auch nicht für die Sportplätze, auch nicht für die Turnhalle, auch nicht für andere Sachen. Das halte ich für eine sehr gewagte These. Ich kann mich noch daran erinnern, 2005 ist die CDU in den Bundestagswahlkampf gezogen mit dem Slogan, die SPD damals unter Schröder anprangernd, versprochen, gebrochen. Wenn Sie das jetzt beschließen und Sie haben auch nur einen Cent Mehrausgaben, dann sind Sie Beschlussbrecher, wenn Sie irgendwelche Mehrausgaben haben. Das würde ich mir an dieser Stelle deswegen sehr genau überlegen. Und man hat ja auch schon gespürt, dass es einige bei Ihnen gibt, in gewisser Weise auch der Herr Dietze, der hier vorgetragen hat, der Bauchschmerzen hatte und auch das wurde deutlich. Und was diese Kosten betrifft, auch andere haben nochmal darüber gesprochen, die 37 Millionen, die hier drin sind, sind wirklich nur für 750 Schüler. Und die Frau Abel hat es gerade noch gesagt, naja, klar muss das dann mehr Geld kosten, aber wir beschließen trotzdem. Also Sie beschließen etwas, von dem Sie schon wissen, dass es nicht stimmt. Aber wenn Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren können und dann auch wieder rausgehen können und allen Dresdnern sagen, wir beschließen etwas, von dem wir wissen, dass wir das sowieso nie halten können. Also, meine Damen und Herren, ich habe da ein anderes Verständnis davon, wie man in Dresden Politik machen sollte, nämlich solide. Und das erwarte ich auch von unserem Oberbürgermeister. Ich erwarte vom Oberbürgermeister, dass er eine solide, also Liberalen wird es ja häufig nachgesagt, die machen eine haushalterisch solide Politik. Wenn er das will, dann kann er dieser Vorlage so nicht zustimmen. Vielen Dank. Und weitere Wortmeldungen, Herr Dietze. Herr Nietzsche, das ist vielleicht das Problem, wenn man Ergänzung mündlich einbringt. In der Ergänzung stand ausdrücklich Schulgebäude. Das heißt also, die Turnhalle wäre aber so oder so außen vor gewesen. Also insofern, natürlich kommt eine entsprechende Sportfreienlage noch dazu und auch entsprechende Betätigungsräume für den Sport müssen noch geschaffen werden. Aber die waren sowieso nie Teil dieser Planung. Also die waren immer schon draußen. Dass die möglicherweise jetzt größer dimensioniert werden müssen durch den hohen Bedarf oder durch den höheren Bedarf, der durch eine Gemeinschaftsschule entsteht, ist klar. Aber da sind wir eben genau bei dem Punkt. Wir sehen eben hier diesen gehobenen Bedarf. Und wie gesagt, ja, die entsprechenden Sportanlagen werden noch dazukommen. Aber das wäre es so oder so. Danke. Danke. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann steigen wir ein in die Abstimmung. Da haben wir zunächst im Punkt 8 einen Ergänzungsantrag, der hinten anfügt, für die Planung der Gemeinschaftsschule, in den Schulhäusern Kämmer, Walderstraße und Höckendorfer Weg gilt, der vorgesehene Kostenrahmen von 37 Millionen Euro. Wer dieser Ergänzung im Punkt 8 zustimmt, des federführenden Ausschusses berichtet, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Das ist eindeutig die Mehrheit. Wer damit so aufgenommen, dann ist beantragt, und damit kämen wir zur Schlussabstimmung, das in Komplexen zu machen, nämlich den Punkt 1 separat, 2 bis 5, 6 bis 9 und 10 und 11 zusammen. Also beginnen wir. Wer dem Punkt 1 eine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Immer federführende Ausschussbericht. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Keine. 41, ja, 21, nein, keine Enthaltung, damit so zugestimmt. Wir kommen zur Abstimmung über die Punkte 2 bis 5 des Federführenden Ausschussberichtes. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltung? 4 Enthaltungen, keine Gegenstimme und 59, ja, Stimmen, damit so angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über die Punkte 6 bis 9. Wie gesagt, der Punkt 8 ergänzt, wie wir vor uns gerade beschlossen haben. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Keine Stimmenthaltung? 21 Gegenstimmen, 42 Ja-Stimmen, auch so beschlossen. Und dann bleiben uns noch die Punkte 10 und 11. Wer dem zustimmt, bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? 59 Ja, keine Nein. 4 Enthaltungen, damit so beschlossen. Damit sind wir durch den öffentlichen Teil der Tagesordnung durch. Wir würden jetzt die Nicht-Öffentlichkeit herstellen, um die Punkte 20 und 21 zu beantworten, zu behandeln. Und man möchte noch eine Frage, die Herr Lichty mir gestellt hat, hier noch mit kundtun, inwieweit das Impfzentrum für unter 12-Jährige schon zugänglich ist. Das ist noch nicht so lange, wie es eben noch nicht zugelassen ist, für die unter 12-Jährigen, der Impfstoff offiziell empfohlen. Und danach würde das... Okay, dann müssen wir danach warten. Bis jetzt war eben die Rückmeldung, das ist eben noch nicht... Davon gehe ich aus. So, ich bitte die Nicht-Öffentlichkeit herzustellen.